Spaltprofi SP30 HZH Wenn es um besonders starke Stämme geht, welche kaum noch von der Hand zu bewältigen sind, bis 100 cm Durchmesser und einer maximalen Länge von 1,25 m. Vor Arbeitsbeginn muss die Maschine in Betriebsstellung gebracht werden. Das bedeutet, dass die großflächige Holzauflage auf einem Stützfuß nach unten geklappt und der leistungsstarke Hydraulikzylinder ausgefahren wird. Dieser wird sicher mit Federbolzen verriegelt. Ein hydraulischer Stammheber sowie ein hydraulisch verstellbares Spaltkreuz zählen zur Grundausstattung. Ein weiterer Aspekt ist das in Serie eingebaute Differenzialventil, welches die hohe Zylindervorlaufgeschwindigkeit ermöglicht. Werden extrem hohe Druckkräfte benötigt, etwa 30 Tonnen, dann wird ein Umschalten automatisch verursacht. Das hat zur Folge, dass der Zylinder mit reduzierter Geschwindigkeit nach vorne fährt, aber dafür den maximalen Spaltdruck erreicht, was bei sehr stark verastetem Holz oftmals erforderlich ist. Unglaublich, welche Kräfte hier aufgebracht werden, um die starken Stämme von Fichten- und Buchenholz in vier Teile aufzuteilen. Der Wchenfall Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Spaltkreuz in Sternform mit sechs Teilen ist gegen Aufpreis erhältlich und ist bei bestimmten Stammstärken unabdingbar. In gleichmäßige Stücke gespaltenes Holz ist das Resultat, ohne den Spaltvorgang zu wiederholen bzw. einen weiteren Spaltvorgang durchführen zu müssen. Die große Tandem-Hydraulikpumpe versorgt zwei hydraulische Arbeitskreise. Die Pumpe Baugröße 3 versorgt den großen Hauptzylinder. Die Pumpe Baugröße 2 versorgt die Nebenfunktionen Stammheber auf, ab sowie Spaltkreuz auf, ab. Damit ist sichergestellt, dass mehrere Funktionen gleichzeitig durchgeführt werden können, ohne dass sich die Geschwindigkeit des Spaltzylinders verringert. Die effektive Spaltlänge von 1,25 Meter ist ebenfalls unabdingbar. Ungleiche Längen, etwas über einen Meter und schräg geschnittene Stämme sind somit während des Arbeitsflusses keine Beeinträchtigung. Sehr praktisch sind die Bedienungselemente angeordnet. Alle Funktionen wie Spaltkreuz, Stammheber und Spaltzylinder sind im Sichtfeld des Bedieners. Damit ist ein störungsfreier Arbeitsablauf gewährleistet. Eine äußerst robuste Maschine mit vielen technischen Vorzügen. Entscheiden Sie sich für eine Maschine von BGU.